Ja doch, für mich war es perfekt. Besser geht es, glaube ich, nicht. Super, danke. Mir hat der Kurs an sich gefallen. Julian war super, super geil drauf. Er ist ein super Trainer, auch die anderen Trainer. Die waren alle top. Und ja, es war eine super Bewusstseinssteigerung. Bewusstwahrnehmung, alles in allem. Ich bin waff, ich gehe jetzt gleich raus und ich will es anpacken. Ich will nach vorne schauen, die Zukunft gehört mir. Wow. Hervorragend. Also ich bin ein neuer Mensch und die Wochen gerade zwischen dem Vlog, also die waren sensationell, weil es extrem viel bei mir in Bewegung gekommen ist. Richtig toll, ich empfehle es jedem weiter. Also mir hat es auf jeden Fall super gefallen. Ich bin überwältigt, deswegen klappt es wahrscheinlich jetzt auch nicht mit einer tollen Ansprache. Aber ich bin einfach sprachlos und mir geht es total gut. Und ich finde es einfach klasse. Danke. Richtig geil, coole Leute, coole Seminar. Der Julian, cooler Trainer, richtig schön. Hat dich gefreut, dass ich hier war. Wow, ich bin baff. Ich habe noch nie so ein Seminar erlebt. Es hat sich mein Bewusstsein immens gesteigert. Ich bin jedem einzelnen Trainer hier sehr, sehr dankbar. Es war ein richtig geiler Kurs. Und ja, ich kann nur jedem, wirklich jedem empfehlen, sich ein bisschen darauf einzulassen. Es ist einfach genial. Super. Super, geil, toll. Super, toll, geil, supergeil. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Es war eine super Vorstellung. Julian, supergeil gemacht. Komm doch mal bitte gerade her. In einem Wort. Danke, Julian, dass du das so geil machst. Gerne. Mir hat es großartig gefallen. Ganz toller Workshop, super Trainer, ganz viele neue Überraschungen. Wieder sehr viel über mich gelernt. Hat total viel Spaß gemacht. Auch viele Tränen vergossen. Einfach rundum. Toil, kann ich nur jedem empfehlen. Mir hat gefallen, dass ich mehr gelernt habe, als ich erwarten durfte. Erwarte das Unerwartete. Es ist total spannend und man kann sich, so wie ich, der letztendlich totaler, sequentieller Mensch ist, totaler Analytiker, überhaupt gar nicht vorstellen, was hier am Ende abgeht, wenn man am ersten Tag mit sehr viel Skepsis und vielleicht auch ein bisschen Neugierig hat. Aber es ist auch eine unheimlich starke Erfahrung. Super, danke, Daniela. Das Team und die Leute und es war einfach super. Eine Überraschung nach der anderen. Ich habe zuerst gedacht, da wird nur ein bisschen geredet und jetzt merke ich, was passiert ist und es ist wow. Es war einfach super. Es war toll und ich kann es jedem empfehlen, das hier mal mitzumachen. Es war ein geniales Seminar. Ich würde es, glaube ich, jederzeit wieder tun. Die Gruppenintegrität war toll. Ich habe ja ganz tolle neue Freunde kennengelernt und ich würde mich freuen, wenn wir uns alle immer wiedersehen. Super, danke, Daniela. Gerne. Das hat mir jetzt sehr gut gefallen. Es war sehr anstrengend und sehr schön, so wie jedes Mal. Danke. Danke. Riesig. Ich habe ein pures Hochgefühl und ich muss es erst mal sacken lassen. Danke, Daniela. Und Julian ist einfach nur genial. Vielen Dank für diese Erfahrung, Julian Wolf. NLP Deutschland ist das Beste. Dankeschön.